Morgen Leute! Defi-Vlog Teil 2. Wir gehen kurz direkt auf die Waage. Okay, 73,5. Gestern war schon 73 gestanden. Ich habe heute Nachtisch gehabt. Ich bin ja erst vor 4 Stunden heimgekommen. Ich habe jetzt gerade mal 4 Stunden geschlafen. Ich habe auch viel getrunken gestern. War ein heißer Tag. Ihr werdet ja eh sehen, es gibt immer so Schwankungen. Wir haben heute, das zeige ich euch direkt, den 20. Ich habe ja gesagt, ich mache alle 4 bis 5 Tage dann so ein Vlog. Weil jeden Tag, das geht ja nicht. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, da ich wieder Prüfungen schreibe. Also hier, bumm, 20. Mai. Zum Vergleich nochmal hier bei Stern. Aktualisieren. Kann ich auch machen, falls jetzt nicht. Mal hier. Zack. Aktualisiert. 20.05. Was habe ich bis jetzt gemacht? Eigentlich, heute ist ja Dienstag. Gestern war der erste offizielle Tag, wo ich im Defizit war. Die anderen Tage, das war so die Übergangsphase von diesem krassen Überschuss, wo ich gehabt habe. Ja, ich bin dann so runter, ich habe glaube ich zwei, drei Tage 300 Überschuss gehabt. Dann habe ich zwei Tage Balance gemacht. Also null, also so viel gegessen, wie viel ich verbrannt habe. Und jetzt seit gestern, erster Tag Defizit. Und das Geile ist einfach wieder. Das war wie letztes Jahr. Ich habe nicht gehuggert. Ich habe gestern auf der Nachtschicht noch einen halben Kilo Kartoffeln gegessen. Mit so einer selbstgemachten Tomatensoße. So, ich zeige euch die Form. Es wird jetzt, also ich sehe mich jetzt schon viel krasser. Aber das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt schon im Defizit bin. Geht ja eh nicht nach und da. Das ist, ich war gestern extrem lange in der Sonne. Und bin auch jetzt rasiert. Also ich finde, das macht extrem viel aus. Wenn ihr rasiert seid oder wenn ihr halt gebräunt seid. Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Ich zeige euch mal kurz, wie die aktuelle Form ist. Ein bisschen besser runter. Ja, ich finde, die Bräune macht halt viel aus. Und heute, ich war eigentlich nur zwei, drei Stunden gestern. Äh, Bräun. Ich zeige euch mal auch die Beine. Genau, die habe ich am ersten Tag gar nicht gezeigt gehabt. Und zack. Ja, die Kamera will nicht. Beine muss ich sagen, haben sich auch sehr gut entwickelt für die letzten paar Monate. Im Verhältnis zu dem Rest vom Körper. Da hängt aber auch noch das meiste Fett dran. Das ist, das werdet ihr dann sehen. Bei mir, ich werde richtig übel shredded sein. Also im ganzen Oberkörper. Und das mit den Beinen, das dauert dann bei mir lang. Ja. So ist es momentan. Da sieht man die Waden. Ich gehe auch jetzt wieder baden. Also ich gehe kurz ins Gym. Das sind auch meine Badehosen. Die sind richtig geil. Die haben wir auch wieder drinnen jetzt. Die kennt ihr wahrscheinlich. Aber die gibt es im Moment nicht mehr von GA. Link vom Shop habe ich eh da unten. Die kann man halt auch nur tragen, wenn man dementsprechend die Kamera dazu hat. Äh, gut. Ich tue dann den Rest später filmen. Und zeige euch dann so die letzten vier Tage dann, was ich so gegessen habe. Wie viel ich verbrannt habe. Wie gesagt, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich werde jetzt hier eine Definitionsphase starten. Oder habe das jetzt gestartet. Und werde tagtäglich meine Kalorien anpassen. Ich will so durchgehend konstant 400 bis 500 im Defizit bleiben. Das heißt, ich habe keine Vorgaben, was die Kalorien angeht. Ja. Bei mir, das kann schwanken. Ja. Zwischen 2300 und 3600. In der Defi-Phase. Ich werde das hier durch, ich habe ja dieses Armband. Das misst genau die Kalorien, die ich verbrenne. Und dann passe ich das genau an. Wenn ich an einem Tag 4000 Kalorien verbrenne, dann esse ich halt dreieinhalbtausend. Wenn ich nur dreieinhalbtausend verbrenne, dann esse ich nur zweieinhalbtausend. Und so weiter halt. So wie das Ganze ablaufen, so habe ich halt die besten Erfolge gehabt. War es innerhalb von sechs Wochen extrem letztes Jahr. Ja. Und dasselbe will ich jetzt genau wieder erreichen. Also wir sehen uns dann gleich am PC. So Leute. Und wir versprochen jetzt mal eine kurze Zusammenfassung von den letzten vier Tagen. Ihr seht, 20. Mai. Okay. Ähm. Es steht jetzt Mittwoch 21. Zähle ich noch als 20. Mai. Wir haben ja 0,55. So. Dann passt das auch. Dann kann ich auch euch gleich die Bilanz von den 20. zeigen. Ich zeige euch jetzt erst mal hier meinen Activity Manager. Klar, hier zeigt jetzt am 21. noch nichts. Da wir erst 0,55 haben. Jetzt gehe ich mal zurück auf, ähm, ja, den 20. das war ja heute. So. Das war sozusagen der zweite Tag, an dem ich im Defizit war. Seht ihr, verbrannt. Zirka 3000 Kalorien. Upp. Hier seht ihr noch den Graph vom ganzen Tag. Hier wo der fetter Ausschlag ist, das war wo ich im Gym war. Und danach war alles ganz entspannt. Und ich war auch nicht arbeiten. Oder beziehungsweise hatte hier Nachtschicht. Seht ihr ja. Genau. So. Gegessen. Hatte ich dann 2500. Und dann war ich so 447 Kalorien im Defizit. Und gestern, also am Montag, das wird dann sozusagen der erste Tag sein, in dem ich wirklich im Defizit war. Die Tage vorher, die gehen dann als diese Übergangsphase durch. So. Schauen wir auch hier mal kurz drauf. 19. Also Montag. Ja, ist ziemlich langsam. Ähm, 2995 Kalorien. Da hatte ich überhaupt nicht trainiert. Seht ihr. Selbe Kalorien wie an einem Trainingstag. Das ist total unterschiedlich. Deshalb, also, ja, bei mir, das schwankt von 2500 bis zu 4000 Kalorien. Ich verbrenne. So. Gegessen waren es auch so um die 2555 und im Defizit waren es dann auch so um die 440. Ich schaue, dass es konstant so 400 bis 500 Kalorien im Defizit sind. tagtäglich natürlich angepasst. Ich gehe jetzt nochmal einen Tag zurück. Sonntag. Das waren dann, ähm, ich habe glaube ich so ab Mittdienstag, Mittwoch, ähm, angefangen, langsam die Kalorien zu reduzieren. War aber trotzdem noch im Überschuss. Und hier seht ihr am Sonntag war es dann Balance. Also, seht ihr hier. 2,29 gegessen. 2,923 verbrannt. Also in der Balance. Und, ähm, die Tage vorher. Gehen wir jetzt auch mal noch kurz drauf. Habt ihr gesehen, der erste Vlog war schon etwas länger. Da habe ich auch erklärt, wie das jetzt so in der nächsten Zeit abläuft. Dafür werden die nächsten aber dementsprechend kürzer. Ja. So. Und hier seht ihr, hier war ich schon wieder, da war ich noch im Überschuss. Äh, gegessen, äh, verbrannt 3,3. Gegessen 3,5. Und 230 Kalorien im Überschuss. Ja. 16 habe ich ja diesen ersten Vlog gestartet. Da war ich ja auch, ähm, noch nicht im Defizit. Also, das heißt, Startdefizit ist dann, also nicht dieser 16. Sondern der 19. An dem ich dann am ersten Tag wirklich 400 Kalorien im Defizit war. Ich zeige euch jetzt auch noch kurz, ähm, hier mein Ernährungstagebuch. Was sehr cool ist bei FTDB, ihr könnt hier auf, äh, Diätbericht gehen. Klick ich jetzt mal drauf. Und dann seht ihr nämlich, ähm, hier den Graf. Das ist natürlich jetzt nicht, ähm, von einem längeren Zeitraum. Das ist sogar noch vom letzten Jahr. Das wird dann erst interessant, wenn ich das hier mal ein paar Wochen gemacht habe. Das kann man hier natürlich auch eingrenzen. Das war jetzt hier im Einjahr. Ich mach's mal jetzt ein Monat. So, das war jetzt ein Monat. Hier schwankt es aber auch ziemlich arg, ne. Da man hier einen besseren Durchblick bekommt, dann kann man hier auf Trend gehen. Zack. Und dann seht ihr einen roten Faden müsste erscheinen. Ah, ja. Und dann seht ihr, in welche Richtung es geht. Das seht ihr, hier war ich noch im Aufbau. So, im Mai, April, da ist die Tendenz immer nach oben gegangen. Ich hab, das ist konstant nach oben gegangen. Und jetzt, zack, hier, habe ich das ja gestartet. Und ihr seht ihr, die Linie geht jetzt runter. Und wenn ihr die einzelnen Gewichte noch sehen wollt, geht ihr hier auf meine Daten. Und hier seht ihr jetzt einen Gewichtverlauf. Ja, mit 74,2 habe ich hier angefangen. Und hier seht ihr, wie es jetzt ganz langsam runter geht. Okay, das soll das gewesen sein. Wir sehen uns dann wieder in vier, fünf Tagen. Hm.